und auch heute noch mal grüße wieder ein bisschen nachrichten für die ganz langsamen also mich weil anscheinend habe ich irgendwie etwas verschlafen es gibt eine tv-premiere sogar eine doppelte sowohl die gray mann als erstes und auch soul eater kommen zu animex das könnte unsereinen wie ein großteil der anime fans den nicht so viel geld oder zeitraum sich an pay tv sender zu kaufen oder anzuschauen schrecklichst egal sein aber hey das ist der erste schritt zu einer dvd release wenn dann noch ein vernünftiges synchro dazu kommt oder auch nicht es ist einmal schon neu im öst also im europäischen raum das ist schon mal sehr viel wert und ich muss wirklich sagen auf den beiden animes habe ich mich schon seit langem gefreut finde ich okay vielleicht wird die zukunft doch nicht ganz so düster naja bis dahin